moin moin zusammen ja auch diesmal habe ich wieder ein video von der heutigen sternfahrt hier im kreis viessen 15.1.24 aber diesmal aus der anderen richtung und zwar von grefrath eisstadion nach niederkrüchten und viel spaß mit dem video und denkt immer dran es ist immer am besten nicht gegen die landwirtschaft zu schießen ich lese so viele kommentare wo leute einfach dagegen schießen die es nicht kapiert haben was wirklich abgeht und denen dann auch scheißegal ist ob die regale leer sind ja mehr kann ich dazu nicht sagen ihr seht ein flatterband finde ich hätte man ruhig machen können aber haben wenige und das war es von meiner seite viel spaß mit dem video demnächst und vergessen die daumen hoch zu geben und kommentare zu schreiben und auch und auch ja nicht in die glocke vergessen zu aktivieren also macht's gut so Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020